Sonntag, 24. Juli, immer noch in Oberammergau. Zumindest regnet es nicht mehr und es fühlt sich auch leicht wärmer an. Drittes Spiel jetzt gegen TSV Milbertshofen. Hier geht es darum, ob wir dann um Platz 9 oder um Platz 11 spielen. Die ersten beiden Spiele in Nürnberg hatten wir im Achtnetterschießen leider verloren. Aber das zweite Spiel gegen Schwarzenhofen dann souverän mit 7-0 gewonnen. Jetzt schauen wir mal, Milbertshofen ist normal immer bessere Gegner. Untertitelung nach dem Ohr,ณland environments 쉽zu использовать. Carnidimus und Kürzelschers! Das war, wir wissen, wir haben heute auch wirklich pillows. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ein, du hast rechtes Lauch! Und die Wurst! Ja, bitte! Bitte legen, du hast nicht nur die Wurzeln in die Wände, bitte! Komm, komm, komm! Musik Dann noch ein kleiner Zwischenstand, Endstand, genau, auf Platz 1 Nafta Zivanic gerade gegen TSV Murna, 2 zu 1 Jawohl Boah, scheiße So, dann sind wir durch, das nächste Spiel auf Platz 1, Backerburghausen gegen TSV Wilber-Zofel So, auf jetzt, nein damit Und Platz 4, SV Olaf gegen PS Löchgau Und Platz 3, SV Schwarzhock, Diotta Dachl Und auf Platz 2, PSG Freiburg, FC Legnagos haben es Jawohl, Fußball Simon Komm schon Komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Ja! Hey, 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 hey! Das war alles wichtig, die anderen sind ein bisschen aufgekommen. Ja, das ist super. Ich habe das Klauschen draufgebracht. 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 Armin, ich bin nervös. Armin, ihr habt noch nicht. Geh wohl? Es sind zwei Minuten Hauptzeit. Klasse Simon! Klasse! Super! Weiter so! Dad vidare! Tom� Walker! So geht es zum Tor. Über един dépend. Einwurf. So, jetzt wie vorhin das 2-0, das war nicht schön. Alle, alle. Was? Jürgen diskutiert. Komm auf jetzt. Lass es klingeln. Das ist jetzt ein Ringer, wo wir uns auch echt die Zeit haben, oder? Ja. 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 Und die Päppchen zieht sich ab. Aufpassen. Ja. 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 Soll ich abbrechen bei der Halbzeit? Ja. Da ist man. Nochmal! So, das läuft ja noch. So, das sieht gut aus bis jetzt. So, halbzeit, okay? Nein. Ist ja in 30 Minuten, 40 Sekunden aus. Das ist mal nicht für Scheiß. Da ist durchspielen nicht. Wir haben noch nicht so viel früher angefangen, oder? Das ist 2x15 Minuten statt 2x10, oder wie? Genau. Das ist auch noch. So, dann stand auf Platz 3. Schwarzhofen gegen Darching. 2 zu 1. Halbzeit. Aus. Also, es ist halbzeit, 1 zu 0. Ja. Ja. Ja.